Hallo und herzlich willkommen bei HIFI im Hinterhof. Gerade eben haben wir den neuen Samsung UE65 KS 9590 reinbekommen und wollen ihn auspacken. Vielleicht schaut ihr uns einfach mal kurz dabei zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das war es erstmal. Wir richten das Gerät jetzt ein und würden uns freuen, wenn ihr dann vorbeikommt.